Bitte ein Bit im Meckes, let's go! Habe bestellt und musste länger warten als die Zeitspanne des hundertjährigen Krieges. Sehr gut, nur die Pommes waren sehr kalt. Ich habe meinen bestellten Monster Truck nicht bekommen. Ich habe das Gefühl, dass ihr Burger-Weitwurf übt, so wie die in der Verpackung liegen. Die Strohhalme lösen sich im Getränk nach kürzester Zeit auf. Hatten kein Bitburger. Dieser Laden ignoriert mich gekonnt, nur weil ich um 1.45 Uhr nachts komplett besoffen nachfragen will, ob die Eismaschine funktioniert. 2 Sterne gibt es trotzdem, da die Frau hinter der Kasse attraktiv ist. Ciao Kakao!